Fünftes Hauptstück. Anzeichen höherer und niederer Kultur. Veredelung durch Entartung. Aus der Geschichte ist zu lernen, dass der Stamm eines Volkes sich am besten erhält, in dem die meisten Menschen lebendigen Gemeinsinn infolge der Gleichheit ihrer gewohnten und undiskutierbaren Grundsätze, also infolge ihres gemeinsamen Glaubens, haben. Hier erstärkt die gute, tüchtige Sitte. Hier wird die Unterordnung des Individuums gelernt und dem Charakter Festigkeit schon als Angebinde gegeben und nachher noch anerzogen. Die Gefahr dieser starken, auf gleichartige, charaktervolle Individuen gegründeten Gemeinwesen ist die allmählich durch Vererbung gesteigerte Verdummung, welche nun einmal aller Stabilität wie ihr Schatten folgt. Es sind die ungebundeneren, viel unsichereren und moralisch schwächeren Individuen, an denen das geistige Fortschreiten in solchen Gemeinwesen hängt. Es sind die Menschen, die Neues und überhaupt vielerlei versuchen. Unzählige dieser Art gehen ihrer Schwäche wegen ohne sehr ersichtliche Wirkung zugrunde. Aber im Allgemeinen, zumal wenn sie Nachkommen haben, lockern sie auf und bringen von Zeit zu Zeit dem stabilen Elemente eines Gemeinwesens eine Wunde bei. Gerade an dieser wunden und schwach gewordenen Stelle wird im gesamten Wesen etwas Neues gleichsam inokuliert. Seine Kraft im Ganzen muss aber stark genug sein, um dieses Neue in sein Blut aufzunehmen und sich zu assimilieren. Die abartenden Naturen sind überall da von höchster Bedeutung, wo ein Fortschritt erfolgen soll. Jedem Fortschritt im Großen muss eine teilweise Schwächung vorhergehen. Die stärksten Naturen halten den Typus fest, die Schwächeren helfen ihn fortbilden. Etwas Ähnliches ergibt sich für den einzelnen Menschen. Selten ist eine Entartung, eine Verstümmelung, selbst ein Laster und überhaupt eine körperliche oder sittliche Einbuße ohne einen Vorteil auf einer anderen Seite. Der kränkere Mensch zum Beispiel wird vielleicht inmitten eines kriegerischen und unruhigen Stammes mehr Veranlassung haben, für sich zu sein und dadurch ruhiger und weiser zu werden. Der Einäugige wird ein stärkeres Auge haben. Der Blinde wird tiefer ins Innere schauen und jedenfalls schärfer hören. Insofern scheint mir der berühmte Kampf ums Dasein nicht der einzige Gesichtspunkt zu sein, aus dem das Fortschreiten oder Stärkerwerden eines Menschen einer Rasse erklärt werden kann. Vielmehr muss zweierlei zusammenkommen. Einmal die Mehrung der stabilen Kraft durch Bindung der Geister im Glauben und Gemeingefühl. So dann die Möglichkeit, zu höheren Zielen zu gelangen, dadurch, dass entartende Naturen und infolge derselben teilweise Schwächungen und Verwundungen der stabilen Kraft vorkommen. Gerade die schwächere Natur als die zartere und feinere macht alles Fortschreiten überhaupt möglich. Ein Volk, das irgendwo anbröckelt und schwach wird, aber im Ganzen noch stark und gesund ist, vermag die Infektion des Neuen aufzunehmen und sich zum Vorteil einzuverleiben. Bei dem einzelnen Menschen lautet die Aufgabe der Erziehung so, ihn so fest und sicher hinzustellen, dass er als Ganzes nicht mehr aus seiner Bahn abgelenkt werden kann. Dann aber hat der Erzieher ihm Wunden beizubringen oder die Wunden, welche das Schicksal ihm schlägt, zu benutzen. Und wenn so der Schmerz und das Bedürfnis entstanden sind, so kann auch in die verwundeten Stellen etwas Neues und Edles inokuliert werden. Seine gesamte Natur wird es in sich hineinnehmen und später in ihren Früchten die Veredelung spüren lassen. Was den Staat betrifft, so sagt Machiavelli, dass die Form der Regierungen von sehr geringer Bedeutung ist, obgleich halbgebildete Leute anders denken. Das große Ziel der Staatskunst sollte Dauer sein, welche alles andere aufwiegt, indem sie weit wertvoller ist als Freiheit. Nur bei sicher begründeter und verbürgter größter Dauer ist stetige Entwicklung und veredelnde Inokulation überhaupt möglich. Freilich wird gewöhnlich die gefährliche Genossin aller Dauer, die Autorität, sich dagegen wehren. Freigeist, ein relativer Begriff. Man nennt den einen Freigeist, welcher anders denkt, als man von ihm aufgrund seiner Herkunft, Umgebung, seines Standes und Amtes oder aufgrund der herrschenden Zeitansichten erwartet. Er ist die Ausnahme. Die gebundenen Geister sind die Regel. Diese werfen ihm vor, dass seine freien Grundsätze ihren Ursprung entweder in der Sucht aufzufallen haben oder gar auf freie Handlungen, das heißt auf solche, welche mit der gebundenen Moral unvereinbar sind, schließen lassen. Bisweilen sagt man auch, diese oder jene freien Grundsätze seien aus Verschrobenheit und Überspanntheit des Kopfes herzuleiten. Doch spricht so nur die Bosheit, welche selber an das nicht glaubt, was sie sagt, aber damit schaden will. Denn das Zeugnis für die größere Güte und Schärfe seines Intellekts ist dem Freigeist gewöhnlich ins Gesicht geschrieben, so lesbar, dass es die gebundenen Geister gut genug verstehen. Aber die beiden anderen Ableitungen der Freigeisterei sind redlich gemeint. In der Tat entstehen auch viele Freigeister auf die eine oder die andere Art. Deshalb könnten aber die Sätze, zu denen sie auf jenen Wegen gelangen, doch wahrer und zuverlässiger sein als die der gebundenen Geister. Bei der Erkenntnis der Wahrheit kommt es darauf an, dass man sie hat, nicht darauf, aus welchem Antriebe man sie gesucht, auf welchem Wege man sie gefunden hat. Haben die Freigeister Recht, so haben die gebundenen Geister Unrecht, gleichgültig, ob die Ersteren aus Unmoralität zur Wahrheit gekommen sind, die anderen aus Moralität bisher an der Unwahrheit festgehalten haben. Übrigens gehört es nicht zum Wesen des Freigeistes, dass er richtigere Ansichten hat, sondern vielmehr, dass er sich von dem Herkömmlichen gelöst hat, sei es mit Glück oder mit einem Misserfolg. Für gewöhnlich wird er aber doch die Wahrheit oder mindestens den Geist der Wahrheitsforschung auf seiner Seite haben. Er fordert Gründe, die anderen glauben. Herkunft des Glaubens Der gebundene Geist nimmt seine Stellung nicht aus Gründen ein, sondern aus Gewöhnung. Er ist zum Beispiel Christ, nicht weil er die Einsicht in die verschiedenen Religionen und die Wahl zwischen ihnen gehabt hätte. Er ist Engländer, nicht weil er sich für England entschieden hat, sondern er fand das Christentum und das Engländertum vor und nahm sie an ohne Gründe, wie jemand, der in einem Weinlande geboren wurde, ein Weintränker wird. Später, als er Christ und Engländer war, hat er vielleicht auch einige Gründe zugunsten seiner Gewöhnung ausfindig gemacht. Man mag diese Gründe umwerfen, damit wirft man ihn in seiner ganzen Stellung nicht um. Man nötige zum Beispiel einen gebundenen Geist, seine Gründe gegen die Bigamie vorzubringen, dann wird man erfahren, ob sein heiliger Eifer für die Monogamie auf Gründen oder auf Argwöhnung beruht. Angewöhnung geistiger Grundsätze ohne Gründe nennt man Glauben. Aus den Folgen auf Grund und Ungrund zurückgeschlossen. Alle Staaten und Ordnungen der Gesellschaft, die Stände, die Ehe, die Erziehung, das Recht, alles dies hat seine Kraft und Dauer allein in dem Glauben der gebundenen Geister an sie, also in der Abwesenheit der Gründe, mindestens in der Abwehr des Fragens nach Gründen. Das wollen die gebundenen Geister nicht gern zugeben und sich fühlen wohl, dass es ein Pudendum ist. Das Christentum, das sehr unschuldig in seinen intellektuellen Einfällen war, merkte von diesem Pudendum nichts, forderte Glauben und nichts als Glauben und wies das Verlangen nach Gründen mit Leidenschaft ab. Es zeigte auf den Erfolg des Glaubens hin. Ihr werdet den Vorteil des Glaubens schon spüren, deutete es an. Ihr sollt durch ihn selig werden. Tatsächlich verfährt der Staat ebenso und jeder Vater erzieht in gleicher Weise seinen Sohn. Halte dies nur für wahr, sagt er. Du wirst spüren, wie gut dies tut. Dies bedeutet aber, dass aus dem persönlichen Nutzen, den eine Meinung trägt, ihre Wahrheit erwiesen werden soll. Die Zuträglichkeit einer Lehre soll für die intellektuelle Sicherheit und Begründetheit gewährleisten. Es ist dies so, wie wenn der Angeklagte vor Gericht spreche, mein Verteidiger sagt die ganze Wahrheit, denn seht nur zu, was aus seiner Rede folgt. Ich werde freigesprochen. Weil die gebundenen Geiste ihre Grundsätze ihres Nutzens wegen haben, so vermuten sie auch beim Freigeist, dass er mit seinen Ansichten ebenfalls seinen Nutzen suche und nur das für wahr halte, was ihm gerade frommt. Da ihm aber das Entgegengesetzte von dem zu nützen scheint, was seines Landes oder Standesgenossen nützt, so nehmen diese an, dass seine Grundsätze ihnen gefährlich sind. Sie sagen oder fühlen, er darf nicht Recht haben, denn er ist uns schädlich. Der starke, gute Charakter Die Gebundenheit der Ansichten durch Gewöhnung zum Instinkt geworden führt zu dem, was man Charakterstärke nennt. Wenn jemand aus wenigen, aber immer aus den gleichen Motiven handelt, so langen seine Handlungen eine große Energie. Stehen diese Handlungen im Einklang mit den Grundsätzen der gebundenen Geister, so werden sie anerkannt und erzeugen nebenbei in dem, der sie tut, die Empfindung des guten Gewissens. Wenige Motive, energisches Handeln und gutes Gewissen machen das aus, was man Charakterstärke nennt. Dem Charakterstarken fehlt die Kenntnis der vielen Möglichkeiten und Richtungen des Handelns. Sein Intellekt ist unfrei, gebunden, weil er ihm in einem gegebenen Falle vielleicht nur zwei Möglichkeiten zeigt. Zwischen diesen muss er jetzt gemäß seiner ganzen Natur mit Notwendigkeit wählen und er tut dies leicht und schnell, weil er nicht zwischen 50 Möglichkeiten zu wählen hat. Die erziehende Umgebung will jeden Menschen unfrei machen, indem sie ihm immer die geringste Zahl von Möglichkeiten vor Augen stellt. Das Individuum wird von seinen Erziehern behandelt, als ob es zwar etwas Neues sei, aber eine Wiederholung werden solle. Erscheint der Mensch zunächst als etwas Unbekanntes, nie Dagewesenes, so soll er zu etwas Bekanntem, Dagewesenem gemacht werden. Einen guten Charakter nennt man an einem Kinde das Sichtbarwerden der Gebundenheit durch das Dagewesene. Indem das Kind sich auf die Seite der gebundenen Geister stellt, begründet es zumindest seinen erwachenden Gemeinsinn. Auf der Grundlage dieses Gemeinsinns aber wird es später seinem Staate oder Stande nützlich. Maß der Dinge bei den gebundenen Geistern von vier Gattungen der Dinge sagen die gebundenen Geister, sie seien im Rechte. Erstens, alle Dinge, welche Dauer haben, sind im Recht. Zweitens, alle Dinge, welche uns nicht lästig fallen, sind im Recht. Drittens, alle Dinge, welche uns Vorteil bringen, sind im Recht. Viertens, alle Dinge, für welche wir Opfer gebracht haben, sind im Recht. Letzteres erklärt zum Beispiel, weshalb ein Krieg, der Widerwillen des Volkes begonnen wurde, mit Begeisterung fortgeführt wird, sobald erst Opfer gebracht sind. Die Freigeister, welche ihre Sache vor dem Forum der gebundenen Geister führen, haben nachzuweisen, dass es immer Freigeister gegeben hat, also dass die Freigeisterei Dauer hat, sodann, dass sie nicht lästig fallen wollen und endlich, dass sie den gebundenen Geistern im Ganzen Vorteil bringen. Aber weil sie von diesem Letzten die gebundenen Geister nicht überzeugen können, nützt es ihnen nichts, den ersten und zweiten Punkt bewiesen zu haben. Esprit fort. Verglichen mit dem, welcher das Herkommen auf seiner Seite hat und keine Gründe für sein Handeln braucht, ist der Freigeist immer schwach, namentlich im Handeln. Denn er kennt zu viele Motive und Gesichtspunkte und hat deshalb eine unsichere, ungeübte Hand. Welche Mittel gibt es nun, um ihn doch verhältnismäßig stark zu machen, sodass es sich wenigstens durchsetzt und nicht wirkungslos zugrunde geht? Wie entsteht der starke Geist, Esprit fort? Es ist dies in einem einzelnen Falle die Frage nach der Erzeugung des Genius. Woher kommt die Energie, die unbeugsame Kraft, die Ausdauer, mit welcher der Einzelne, dem Herkommen entgegen, eine ganz individuelle Erkenntnis der Welt zu erwerben trachtet? Die Entstehung des Genies Der Witz des Gefangenen, mit welchem er nach Mitteln zu seiner Befreiung sucht, die kaltblütigste und langwierigste Benutzung jedes kleinsten Vorteils, kann lehren, welcher Handhabe sich mitunter die Natur bedient, um das Genie, ein Wort, das ich bitte, ohne allen mythologischen und religiösen Beigeschmack zu verstehen, zustande zu bringen. Sie fängt es in einen Kerker ein und reizt seine Begierde, sich zu befreien auf das Äußerste. Oder mit einem anderen Bilde, jemand, der sich auf seinem Wege im Walde völlig verirrt hat, aber mit ungemeiner Energie nach irgendeiner Richtung hin ins Freie strebt, entdeckt mitunter einen neuen Weg, welchen niemand kennt. So entstehen die Genies, denen man Originalität nachrümmt. Es wurde schon erwähnt, dass eine Verstümmelung, Verkrüppelung, ein erheblicher Mangel eines Organs häufig die Veranlassung dazu gibt, dass ein anderes Organ sich ungewöhnlich gut entwickelt, weil es seine eigene Funktion und noch eine andere zu versehen hat. Hieraus ist der Ursprung mancher glänzender Begabungen zu erraten. Aus diesen allgemeinen Andeutungen über die Entstehung des Genius mache man die Anwendung auf den speziellen Fall, die Entstehung des vollkommenen Freigeistes. Vermutung über den Ursprung der Freigeisterei Ebenso wie die Gletscher zunehmen, wenn in den Äquatorialgegenden die Sonne mit größerer Glut als früher auf die Meere niederbrennt, so mag auch wohl eine sehr starke, um sich greifende Freigeisterei Zeugnis dafür sein, dass irgendwo die Glut der Empfindung außerordentlich gewachsen ist. Die Stimme der Geschichte Im Allgemeinen scheint die Geschichte über die Erzeugung des Genius folgende Belehrung zu geben. Misshandelt und quält die Menschen, so ruft sie den Leidenschaften, Neid, Hass und Wetteifer zu, treibt sie zum Äußersten, den einen wieder zu den anderen, das Volk gegen das Volk und zwar durch Jahrhunderte hindurch. Dann flammt vielleicht gleichsam aus einem beiseite liegenden Funken der dadurch entzündeten, furchtbaren Energie auf einmal das Licht des Genius empor. Der Wille, wie ein Ross durch den Sporn des Reiters wild gemacht, bricht dann aus und springt auf ein anderes Gebiet über. Wer zum Bewusstsein über die Erzeugung des Genius käme und die Art, wie die Natur gewöhnlich dabei verfährt, auch praktisch durchführen wollte, würde gerade so böse und rücksichtslos wie die Natur sein müssen. Aber vielleicht haben wir uns verhört. Wert der Mitte des Wegs Vielleicht ist die Erzeugung des Genius nur einem begrenzten Zeitraume der Menschlichkeit vorbehalten. Denn man darf von der Zukunft der Menschlichkeit nicht zugleich alles das erwarten, was ganz bestimmte Bedingungen irgendwelcher Vergangenheit allein hervorzubringen vermochten. Zum Beispiel nicht die erstaunlichen Wirkungen des religiösen Gefühls. Dies selbst hat seine Zeit gehabt und vieles sehr Gute kann nie wieder wachsen, weil es allein aus ihm wachsen konnte. So wird es nie wieder einen religiös umgrenzten Horizont des Lebens und der Kultur geben. Vielleicht ist selbst der Typus des Heiligen nur bei einer gewissen Befangenheit des Intellekts möglich, mit der es, wie es scheint, für alle Zukunft vorbei ist. Und so ist die Höhe der Intelligenz vielleicht einem einzelnen Zeitalter der Menschheit aufgespart gewesen. Sie trat hervor und tritt hervor, denn wir leben noch in diesem Zeitalter, als eine außerordentliche, lang angesammelte Energie des Willens sich ausnahmsweise auf geistige Ziele durch Vererbung übertrug. Es wird mit jener Höhe vorbei sein, wenn diese Wildheit und Energie nicht mehr großgezüchtet werden. Die Menschheit kommt vielleicht auf der Mitte ihres Weges, in der mittleren Zeit ihrer Existenz, ihrem eigentlichen Ziele näher als am Ende. Es könnten Kräfte, durch welche zum Beispiel die Kunst bedingt ist, geradezu aussterben. Die Lust am Lügen, am Ungenauen, am Symbolischen, am Rausche, an der Ekstase könnte in Missachtung kommen. Ja, ist das Leben erst im vollkommenen Staate geordnet, so ist aus der Gegenwart gar kein Motiv zur Dichtung mehr zu entnehmen und es würden allein die zurückgebliebenen Menschen sein, welche nach dichterischer Unwirklichkeit verlangten. Diese würden dann jedenfalls mit Sehnsucht rückwärts schauen, nach den Zeiten des unvollkommenen Staates, der halbbarbarischen Gesellschaft, nach unseren Zeiten. Genius und idealer Staat in Widerspruch Die Sozialisten begehren für möglichst viele ein Wohlleben herzustellen. Wenn die dauernde Heimat dieses Wohllebens, der vollkommene Staat, wirklich erreicht wäre, so würde durch dies Wohlleben der Erdboden, aus dem der große Intellekt und überhaupt das mächtige Individuum wächst, zerstört sein. Ich meine die starke Energie. Die Menschheit würde zu matt geworden sein, wenn dieser Staat erreicht ist, um den Genius noch erzeugen zu können. Müsste man somit nicht wünschen, dass das Leben seinen gewaltsamen Charakter behalte und dass immer von Neuem wieder wilde Kräfte und Energien hervorgerufen würden? Nun will das warme, mitfühlende Herz gerade die Beseitigung jenes gewaltsamen und wilden Charakters und das wärmste Herz, das man sich denken kann, würde eben danach am leidenschaftlichsten verlangen, während doch gerade seine Leidenschaft aus jenem wilden und gewaltsamen Charakter des Lebens ihr Feuer, ihre Wärme, ja ihre Existenz genommen hat. Das wärmste Herz will also Beseitigung seines Fundamentes, Vernichtung seiner Selbst, das heißt doch, es will etwas Unlogisches, es ist nicht Die höchste Intelligenz und das wärmste Herz können nicht in einer Person beisammen sein und der Weise, welche über das Leben das Urteil spricht, stellt sich auch über die Güte und betrachtet diese nur als etwas, das bei der Gesamtrechnung des Lebens mit abzuschätzen ist. Der Weise muss jenen ausschweifenden Wünschen der unintelligenten Güte widerstreben, weil ihm an dem Fortleben seines Typus und an dem endlichen Entstehen des höchsten Intellektes gelegen ist. Mindestens wird er der Begründung des vollkommenen Staates nicht förderlich sein, insofern in ihm nur ermattete Individuen Platz haben. Christus dagegen, den wir uns einmal als das wärmste Herz denken wollen, förderte die Verdummung der Menschen, stellte sich auf die Seite der geistig Armen und hielt die Erzeugung des größten Intellekts auf. Und dies war konsequent. Sein Gegenbild, der vollkommene Weise, dies darf man wohl vorhersagen, wird ebenso notwendig der Erzeugung eines Christus hinderlich sein. Der Staat ist eine kluge Veranstaltung zum Schutz der Individuen gegeneinander. Übertreibt man seine Veredelung, so wird zuletzt das Individuum durch ihn geschwächt, ja aufgelöst, also der ursprüngliche Zweck des Staates am gründlichsten vereitelt. Die Zonen der Kultur Man kann gleichnisweise sagen, dass die Zeitalter der Kultur den Gürteln der verschiedenen Klimata entsprechen, nur dass diese hintereinander und nicht wie die geografischen Zonen nebeneinander liegen. Im Vergleich mit der gemäßigten Zone der Kultur, in welche überzugehen unsere Aufgabe ist, macht die Vergangene im Ganzen und Großen den Eindruck eines tropischen Klimas. Gewaltsame Gegensätze, schroffer Wechsel von Tag und Nacht, Blut und Farbenpracht, die Verehrung alles Plötzlichen, Geheimnisvollen, Schrecklichen, die Schnelligkeit der hereinbrechenden Unwetter, überall das verschwenderische Überströmen der Füllhörner der Natur und dagegen in unserer Kultur ein heller, doch nicht leuchtender Himmel, reine, ziemlich gleichverbleibende Luft, Schärfe, ja Kälte gelegentlich. So heben sich beide Zonen gegeneinander ab. Wenn wir dort sehen, wie die wütendsten Leidenschaften durch metaphysische Vorstellungen mit unheimlicher Gewalt niedergerungen und zerbrochen werden, so ist es uns zumute, als ob vor unseren Augen in den Tropen wilde Tiger unter den Windungen ungeheurer Schlangen zerdrückt werden. Unserem geistigen Klima fehlen solche Vorkommnisse, unsere Fantasie ist gemäßigt. Selbst im Traume kommt uns das nicht bei, was frühere Völker im Wachen sahen. Aber sollten wir über diese Veränderung nicht glücklich sein dürfen, selbst zuzugeben, dass die Künstler durch das Verschwinden der tropischen Kultur wesentlich beeinträchtigt sind und uns Nicht-Künstler ein wenig zu nüchtern finden? Insofern haben Künstler wohl das Recht, den Fortschritt zu leugnen, denn in der Tat, ob die letzten Dreiertausende in den Künsten einen fortschreitenden Verlauf zeigen, das lässt sich mindestens bezweifeln. Ebenso wird ein metaphysischer Philosoph wie Schopenhauer keinen Anlass haben, den Fortschritt zu erkennen, wenn er die letzten vier Jahrtausende in Bezug auf metaphysische Philosophie und Religion überblickt. Uns gilt aber die Existenz der gemäßigten Zone der Kultur selbst als Fortschritt. Renaissance und Reformation Die italienische Renaissance bag in sich all die positiven Gewalten, welchen man die moderne Kultur verdankt. Also Befreiung des Gedankens, Missachtung der Autoritäten, Sieg der Bildung über den Dünkel der Abkunft, Begeisterung für die Wissenschaft und die wissenschaftliche Vergangenheit der Menschen, Entfesselung des Individuums, eine Glut der Wahrhaftigkeit und Abneigung gegen Schein und bloßen Effekt, welche Glut in einer ganzen Fülle künstlerischer Charaktere hervorloderte, die Vollkommenheit in ihren Werken und nichts als Vollkommenheit mit höchster sittlicher Reinheit von sich forderten. Die Renaissance hatte positive Kräfte, welche in unserer bisherigen modernen Kultur noch nicht wieder so mächtig geworden sind. Es war das goldene Zeitalter dieses Jahrtausends trotz aller Flecken und Laster. Dagegen hebt sich nun die deutsche Reformation ab als ein energischer Protest zurückgebliebener Geister, welche die Weltanschauung des Mittelalters noch keineswegs satt hatten und die Zeichen seiner Auflösung, die außerordentliche Verflachung und Veräußerlichung des religiösen Lebens, anstatt mit Frohlocken, wie sich gebührt, mit tiefem Unmute empfanden. Sie warfen mit ihrer nordischen Kraft und Halsstärigkeit die Menschen wieder zurück, erzwangen an die Gegenreformation, das heißt ein katholisches Christentum der Notwehr, mit den Gewaltsamkeiten eines Belagerungszustandes und verzögerten uns zwei bis drei Jahrhunderte ebenso das völlige Erwachen und Herrschen der Wissenschaften, als sie das völlige in Eins Verwachsen der Antiken und des modernen Geistes vielleicht für immer unmöglich machten. Die große Aufgabe der Renaissance konnte nicht zu Ende gebracht werden, der Protest des inzwischen zurückgebliebenen deutschen Wesens, welches im Mittelalter Vernunft genug gehabt hatte, um immer und immer wieder zu seinem Heile über die Alpen zu steigen, verhinderte dies. Es lag in dem Zufall einer außerordentlichen Konstellation der Politik, dass damals Luther erhalten blieb und jener Protest Kraft gewann. Denn der Kaiser stürzte ihn, um seine Neuerung gegen den Papst als Werkzeug des Druckes zu verwenden und ebenfalls begünstigte ihn im Stillen der Papst, um die protestantischen Reichsfürsten als Gegengewicht gegen den Kaiser zu benutzen. Ohne dies seltsame Zusammenspiel der Absichten wäre Luther verbrannt worden wie Hus und die Morgenröte der Aufklärung vielleicht etwas früher und mit schönerem Glanze als wir jetzt ahnen können angefangen. Gerechtigkeit gegen den werdenden Gott Wenn sich die ganze Geschichte der Kultur vor den Blicken auftut als ein Gewirr von bösen und edlen wahren und falschen Vorstellungen und es einem beim Anblick dieses Wellenschlags fast seekrank zumute wird, so begreift man, was für ein Trost in der Vorstellung eines werdenden Gottes liegt. Dieser enthüllt sich immer mehr in den Verwandlungen und Schicksalen der Menschheit. Es ist nicht alles blinde Mechanik, Sinn und zweckloses Durcheinanderspielen von Kräften. Die Vergottung des Werdens ist ein metaphysischer Ausblick gleichsam von einem Leuchtturm am Meere der Geschichte herab, an welchem eine allzu viel historisierende gelehrten Generation ihren Trost fand. Darüber darf man nicht böse werden, so irrtümlich jene Vorstellung auch sein mag. Nur wer wie Schopenhauer die Entwicklung leugnet, fühlt auch nichts von dem Elend dieses historischen Wellenschlags und darf deshalb, weil er von jenem werdenden Gotte und dem Bedürfnis seiner Annahme nichts weiß, nichts fühlt, billigerweise seinen Spott auslassen. Die Früchte nach der Jahreszeit Jede bessere Zukunft, welche man der Menschheit anwünscht, ist notwendigerweise auch in manchem Betracht eine schlechtere Zukunft. Denn es ist Schwärmerei zu glauben, dass eine höhere neue Stufe der Menschheit alle die Vorzüge früherer Stufen in sich vereinigen werde und zum Beispiel auch die höchste Gestaltung der Kunst erzeugen müsse. Vielmehr hat jede Jahreszeit ihre Vorzüge und Reize für sich und schließt die der anderen aus. Das, was aus der Religion und in ihrer Nachbarschaft gewachsen ist, kann nicht wieder wachsen, wenn diese zerstört ist. Höchstens können Verirrte spätkommende Absenker zur Täuschung darüber verleiten, ebenso wie die zeitweilig ausbrechende Erinnerung an die alte Kunst. Ein Zustand, der wohl das Gefühl des Verlustes, der Entbehrung verrät, aber kein Beweis für die Kraft ist, aus der eine neue Kunst geboren werden könnte. Zunehmende Severität der Welt Jahrhundert Je höher die Kultur eines Menschen steigt, umso mehr Gebiete entziehen sich dem Scherze, dem Spotte. Voltaire war für die Erfindung der Ehe und der Kirche von Herzen dem Himmel dankbar, als welcher damit so gut für unsere Aufheiterung gesorgt habe. Aber er und seine Zeit und vor ihm das 16. Jahrhundert haben diese Themen zu Ende gespottet. Es ist alles, was jetzt einer auf diesem Gebiete noch witzelt, verspätet und vor allem gar zu wohlfeil, als dass es die Käufer begehrlich machen könnte. Jetzt fragt man nach den Ursachen. Es ist das Zeitalter des Ernstes. Wem liegt jetzt noch daran, die Differenzen zwischen Wirklichkeit und anspruchsvollem Schein, zwischen dem, was der Mensch ist und was er vorstellen will, in scherzhaftem Lichte zu sehen. Das Gefühl dieser Kontraste wirkt alsbald ganz anders, wenn man nach den Gründen sucht. Je gründlicher jemand das Leben versteht, desto weniger wird er spotten, nur dass er zuletzt vielleicht noch über die Gründlichkeit seines Verstehens spottet. Genius der Kultur Wenn jemand einen Genius der Kultur imaginieren wollte, wie würde dieser beschaffen sein. Er handhabt die Lüge, die Gewalt, den rücksichtslosen Eigennutz so sicher als seine Werkzeuge, dass er nur ein böses dämonisches Wesen zu nennen wäre. Aber seine Ziele, welche hier und da durchleuchten, sind groß und gut. Es ist ein Zentaur, halb Tier, halb Mensch und hat doch Engelsflügel dazu am Haupte. Wundererziehung Das Interesse an der Erziehung wird erst von dem Augenblicke an große Stärke bekommen, wo man den Glauben an einen Gott und seine Fürsorge aufgibt, ebenso wie die Heilkunst erst erblühen konnte, als der Glaube an Wunderkuren aufhörte. Bis jetzt glaubt aber alle Welt noch an die Wundererziehung. Aus der größten Unordnung, Verworrenheit der Ziele, Ungunst der Verhältnisse, sah man ja die furchtbarsten, mächtigsten Menschen erwachsen. Wie konnte dies doch mit rechten Dingen zugehen? Jetzt wird man bald auch in diesen Fällen näher zusehen, sorgsamer prüfen. Wunder wird man dabei niemals entdecken. Unter gleichen Verhältnissen gehen fortwährend zahlreiche Menschen zugrunde. Das einzelne gerettete Individuum ist dafür gewöhnlich stärker geworden, weil es diese schlimmen Umstände, Vermöge unverwüstlicher, eingeborener Kraft ertrug und diese Kraft noch geübt und vermehrt hat. So erklärt sich das Wunder. Eine Erziehung, welche an kein Wunder mehr glaubt, wird auf dreierlei zu achten haben. Erstens, wie viel Energie ist vererbt? Zweitens, wodurch kann noch neue Energie entzündet werden? Drittens, wie kann das Individuum jenen so überaus vielartigen Ansprüchen der Kultur angepasst werden, ohne dass diese es beunruhigen und seine Eigenartigkeit zersplittern? Kurz, wie kann das Individuum in den Kontrapunkt der privaten und öffentlichen Kultur eingereiht werden? Wie kann es zugleich die Melodie führen und als Melodie begleiten? Die Zukunft des Arztes Es gibt jetzt keinen Beruf, der eine so hohe Steigerung zuließe wie der des Arztes. Namentlich, nachdem die geistlichen Ärzte die sogenannten Seelsorger ihre Beschwörungskünste nicht mehr unter öffentlichem Beifall treiben dürfen und ein Gebildeter ihnen aus dem Wege geht. Die höchste geistige Ausbildung eines Arztes ist jetzt nicht erreicht, wenn er die besten neuen Methoden kennt und auf sie eingeübt ist und jene fliegenden Schlüsse von Wirkungen auf Ursachen zu machen versteht, deretwegen die Diagnostiker berühmt sind. Er muss außerdem eine Beretsamkeit haben, die sich jedem Individuum anpasst und ihm das Herz aus dem Leibe zieht. Eine Männlichkeit, deren Anblick schon die Kleinmut, den Wurmfraß aller Krankheiten verscheucht. Eine Diplomatengeschwindigkeit im Vermitteln zwischen solchen, welche Freude zu ihrer Genesung nötig haben und solchen, die aus Gesundheitsgründen Freude machen müssen und können. Die Feinheit eines Polizeiagenten und Advokaten, die Geheimnisse einer Seele zu verstehen, ohne sie zu verraten. Kurz, ein guter Arzt bedarf jetzt der Kunstgriffe und Kunstvorrechte aller anderen Berufsklassen. So ausgerüstet ist er dann imstande, der ganzen Gesellschaft ein Wohltäter zu werden durch Vermehrung guter Werke, geistiger Freude und Fruchtbarkeit, durch Verhütung von bösen Gedanken, Vorsätzen, Schurkereien, deren ekler Quell so häufig der Unterleib ist, durch Herstellung einer geistig-leiblichen Aristokratie als Ehestifter und Eheverhinderer, durch wohlwollende Abschneidung aller sogenannten Seelenqualen und Gewissensbisse. So erst wird aus einem Medizinmann ein Heiland und braucht doch keine Wunder zu tun, hat auch nicht nötig, sich kreuzigen zu lassen. In der Nachbarschaft des Wahnsinns Die Summe der Empfindungen, Kenntnisse, Erfahrungen, also die ganze Last der Kultur, ist so groß geworden, dass eine Überreizung der Nerven und Denkkräfte die allgemeine Gefahr ist, ja dass die kultivierten Klassen der europäischen Länder durchweg neurotisch sind und fast jede ihrer größeren Familien in einem Gebilde dem Irrsinn nahegerückt ist. Nun kommt man zwar der Gesundheit jetzt auf alle Weise entgegen, aber in der Hauptsache bleibt eine Verminderung jener Spannung des Gefühls, jener niederdrückenden Kulturlast vonnöten, welche, wenn sie selbst mit schweren Einbußen erkauft werden sollte, uns doch zu der großen Hoffnung einer neuen Renaissance Spielraum gibt. Man hat im Christentum den Philosophen, Dichtern, Musikern eine Überfülle tief erregter Empfindungen zu erdanken. Damit diese uns nicht überwuchern, müssen wir den Geist der Wissenschaft beschwören, welcher im Ganzen etwas kälter und skeptischer macht, und namentlich den Blutstrom des Glaubens an letzte, endgültige Wahrheiten abkühlt. Er ist vornehmlich durch das Christentum so wild geworden. Glockenguss der Kultur Die Kultur ist entstanden wie eine Glocke innerhalb eines Mantels von gröberem, gemeinerem Stoffe. Unwahrheit, Gewaltsamkeit, unbegrenzte Ausdehnung aller einzelnen Ichs, aller einzelnen Völker war dieser Mantel. Ist es an der Zeit, ihn jetzt abzunehmen? Ist das Flüssige erstarrt, sind die guten, nützlichen Triebe, die Gewohnheiten des edleren Gemütes so sicher und allgemein geworden, dass es keine Anlehnung an Metaphysik und die Irrtümer der Religionen mehr bedarf, keine Härten und Gewaltsamkeiten als mächtigster Bindemittel zwischen Mensch und Mensch, Volk und Volk? Zur Beantwortung dieser Frage ist kein Wink eines Gottes uns mehr hilfreich. Unsere eigene Einsicht muss da entscheiden. Die Erdregierung des Menschen im Großen hat der Mensch selber in die Hand zu nehmen. Seine Allwissenheit muss über dem weiteren Schicksal der Kultur mit scharfem Auge wachen. Die Zyklopen der Kultur Wer jene zerfurchten Kessel sieht, in denen Gletscher gelagert haben, hält es kaum für möglich, dass eine Zeit kommt, wo an denselben Stellen ein Wiesen- und Waldtal mit Bächen darin sich hinzieht. So ist es auch in der Geschichte der Menschheit. Die wildesten Kräfte brechen Bahnen, zunächst zerstörend, aber trotzdem war ihre Tätigkeit nötig, damit später eine mildere Gesittung hier ihr Haus aufschlage. Die schrecklichen Energien, das, was man das Böse nennt, sind die zyklopischen Architekten und Wegebauer der Humanität. Kreislauf des Menschentums Vielleicht ist das ganze Menschentum nur eine Entwicklungsphase einer bestimmten Tierart von begrenzter Dauer, sodass der Mensch aus dem Affen geworden ist und wieder zum Affen werden wird, während niemand da ist, der an diesem verwunderlichen Komödienausgang irgendein Interesse nehme. Sowie mit dem Verfalle der römischen Kultur und seiner wichtigsten Ursache der Ausbreitung des Christentums eine allgemeine Verhäßlichung des Menschen innerhalb des römischen Reiches überhandnahm, so konnte auch durch den einstmaligen Verfall der allgemeinen Erdkultur eine viel höher gesteigerte Verhäßlichung und endlich Vertierung des Menschen bis ins Affenhafte herbeigeführt werden. Gerade weil wir diese Perspektive ins Auge fassen können, sind wir vielleicht imstande, einem solchen Ende der Zukunft vorzubeugen. Trostrede eines desperaten Fortschritts Unsere Zeit macht den Eindruck eines Interimzustandes. Die alten Weltbetrachtungen, die alten Kulturen sind noch teilweise vorhanden, die neuen noch nicht sicher und gewohnheitsmäßig und daher ohne Geschlossenheit und Konsequenz. Es sieht aus, als ob alles chaotisch würde, das Alte verloren ginge, das Neue nichts tauge und immer schwächlicher werde. Aber so geht es dem Soldaten, welcher marschieren lernt. Er ist eine Zeit lang unsicherer und unbeholfener als je, weil die Muskeln bald auch nach dem alten System, bald nach dem neuen bewegt werden und noch keins entschieden den Sieg behauptet. Wir schwanken, aber es ist nötig, dadurch nicht ängstlich zu werden und das Neuerrungene und das Neuerrungene etwa preiszugeben. Überdies können wir ins Alte nicht zurück, wir haben die Schiffe verbrannt. Es bleibt nur übrig, tapfer zu sein, mag nun dabei dies oder jenes herauskommen. Schreiten wir nur zu, kommen wir nur von der Stelle. Vielleicht sieht sich unser Gebaren doch einmal wie Fortschritt an. Wenn aber nicht, so mag Friedrichs das großen Wort auch zu uns gesagt sein und zwar zum Troste. Un, mon cher, sulzère, vous ne connaissez pas assez cette race modité, laquelle nous apparaîtons. An der Vergangenheit der Kultur leiden. Wer sich das Problem der Kultur klar gemacht hat, leidet dann an einem ähnlichen Gefühle wie der, welcher einen durch unregelmäßige Mittel erworbenen Reichtum ererbt hat oder wie der Fürst, der durch Gewalttat seine Vorfahren regiert. Er denkt mit Trauer an seinen Ursprung und ist oft beschämt, oft reizbar. Die ganze Summe von Kraft, Lebenswillen, Freude, welche er seinem Besitze zuwendet, balanciert sich oft mit einer tiefen Müdigkeit. Er kann seinen Ursprung nicht vergessen. Die Zukunft sieht er wehmütig an. Seine Nachkommen, er weiß es voraus, werden an der Vergangenheit leiden wie er. Manieren Die guten Manieren verschwinden in dem Maße, in welchem der Einfluss des Hofes und einer abgeschlossenen Aristokratie nachlässt. Man kann diese Abnahme von Jahrzehnt zu Jahrzehnt deutlich beobachten, wenn man ein Auge für die öffentlichen Akte hat. Als welche ersichtlich immer pöbelhafter werden. Niemand versteht mehr, auf geistreiche Art zu huldigen und zu schmeicheln. Daraus ergibt sich die lächerliche Tatsache, dass man in Fällen, wo man gegenwärtig Huldigungen darbringen muss, zum Beispiel einem großen Staatsmanne oder Künstler, die Sprache des tiefsten Gefühls, der treuherzigen, ehrenfesten Biederkeit borgt, aus Verlegenheit und Mangel an Geist und Grazie. So erscheint die öffentliche, feste Begegnung der Menschen immer ungeschickter, aber gefühlvoller und biederer, ohne dies zu sein. Sollte es aber mit den Manieren immerfort bergab gehen? Es scheint mir vielmehr, dass die Manieren eine tiefe Kurve machen und wir uns ihrem niedrigsten Stande nähern. Wenn erst die Gesellschaft ihrer Absichten und Prinzipien sicher geworden ist, so dass diese formbildend wirken, während jetzt die angelernten Manieren früherer formbildender Zustände immer schwächer vererbt und angelehnt werden, so wird es Manieren des Umgangs, Gebärden und Ausdrücke des Verkehrs geben, welche so notwendig und schlicht natürlich erscheinen müssen, als es diese Absichten und Prinzipien sind. Die bessere Verteilung der Zeit und Arbeit, die zur Begleiterin jeder schönen Mußezeit umgewandelte gymnastische Übung, das vermehrte und strenger gewordene Nachdenken, welches selbst dem Körper Klugheit und Geschmeidigkeit gibt, bringt dies alles mit sich. Hier könnte man nun freilich mit einem Spotte unserer Gelehrten gedenken, ob denn sie, die noch Verkäufer jener neuen Kultur sein wollen, sich in der Tat durch bessere Manieren auszeichnen. Es ist dies wohl nicht der Fall, ob gleich ihr Geist willig genug dazu sein mag, aber ihr Fleisch ist schwach. Die Vergangenheit der Kultur ist noch zu mächtig in ihren Muskeln. Sie stehen noch in einer unfreien Stellung und sind zur Hälfte weltliche Geistliche, zur Hälfte abhängige Erzieher, vornehmer Leute und Stände und überdies durch Pädanterie der Wissenschaft, durch veraltete geistlose Methoden verkrüppelt und unlebendig gemacht. Sie sind also jedenfalls ihrem Körper nach und auch oft zu drei Viertel ihres Geistes immer noch die Höflinge einer alten, ja greisenhaften Kultur und als solche selber greisenhaft. Der neue Geist, der gelegentlich in diesen alten Gehäusen rumort, dient einstweilen nur dazu, sie unsicherer und ängstlicher zu machen. In ihnen gehen sowohl die Gespenster der Vergangenheit als die Gespenster der Zukunft um. Was Wunder, wenn sie dabei nicht die beste Miene machen, nicht die gefälligste Haltung haben. Zukunft der Wissenschaft Die Wissenschaft gibt dem, welcher in ihr arbeitet und sucht, viel Vergnügen, dem, welcher ihre Ergebnisse lernt, sehr wenig. Da allmählich aber alle wichtigen Wahrheiten der Wissenschaft alltäglich und gemein werden müssen, so hört auch dieses wenige Vergnügen auf. So wie wir beim Lernen des so bewunderungswürdigen Einmaleins längst aufgehört haben, uns zu freuen. Wenn nun die Wissenschaft immer weniger Freude durch sich macht und immer mehr Freude durch Verdächtigung der tröstlichen Metaphysik, Religion und Kunst nimmt, so verarmt jene größte Quelle der Lust, welche die Menschheit fast ihr gesamtes Menschentum verdankt. Deshalb muss eine höhere Kultur dem Menschen ein Doppelgehirn, gleichsam zwei Hirnkammern geben, einmal um Wissenschaft, so dann um Nichtwissenschaft zu empfinden. Nebeneinanderliegend, ohne Verwirrung, trennbar, abschließbar. Es ist dies eine Forderung der Gesundheit. In einem Bereich liegt die Kraftquelle, im anderen der Regulator. Mit Illusionen, Einseitigkeiten, Leidenschaften muss geheizt werden, mit Hilfe der erkennenden Wissenschaft muss den bösartigen und gefährlichen Folgen einer Überheizung vorgebeugt werden. Wird dieser Forderung der höheren Kultur nicht genügt, so ist der weitere Verlauf der menschlichen Entwicklung fast mit Sicherheit vorherzusagen. Das Interesse am Wahren hört auf, je weniger es Lust gewährt. Die Illusion, der Irrtum, die Fantastik erkämpfen sich Schritt um Schritt, weil sie mit Lust verbunden sind, ihren ehemals behaupteten Boden. Der Ruin der Wissenschaften, das Zurücksinken in Barbarei ist die nächste Folge. Von neuem muss die Menschheit wieder anfangen, ihr Gewebe zu weben, nachdem sie es gleich Penelope des Nachts zerstört hat. Aber wer birgt uns dafür, dass sie immer wieder die Kraft dazu findet? Die Lust am Erkennen ist das Erkennen das Element des Forschers und Philosophen mit Lust verknüpft? Erstens und vor allem, weil man sich dabei seiner Kraft bewusst wird, also aus demselben Grunde, aus dem gymnastische Übungen auch ohne Zuschauer lustvoll sind. Zweitens, weil man im Verlauf der Erkenntnis über ältere Vorstellungen und deren Vertreter hinauskommt, Sieger wird oder wenigstens es zu sein glaubt. Drittens, weil wir uns durch eine noch so kleine neue Erkenntnis über alle erhaben und uns als die einzigen fühlen, welche hierin das Richtige wissen. Diese drei Gründe zur Lust sind die wichtigsten, doch gibt es, je nach der Natur des Erkennenden, noch viele Nebengründe. Ein nicht unbeträchtliches Verzeichnis von solchen gibt, an einer Stelle, wo man es nicht suchen würde, meine paränetische Schrift über Schopenhauer, mit deren Aufstellungen sich jeder erfahrene Diener der Erkenntnis zufrieden geben kann, sei es auch, dass er den ironischen Anflug, der auf seinen Seiten zu liegen scheint, wegwünschen wird. Denn wenn es wahr ist, dass zum Entstehen des Gelehrten eine Menge sehr menschlicher Triebe und Triebchen zusammengegossen werden muss, dass der Gelehrte zwar ein sehr edles, aber kein reines Metall ist und aus einem verwickelten Geflecht sehr verschiedener Antriebe und Reize besteht, so gilt doch dasselbe ebenfalls von Entstehung und Wesen des Künstlers, Philosophen, moralischen Genies. Und wie den jener Schrift glorifizierten großen Namen lauten. Alles Menschliche verdient in Hinsicht auf seine Entstehung die ironische Betrachtung. Deshalb ist die Ironie in der Welt so überflüssig. Treue als Beweis der Stichhaltigkeit. Es ist ein vollkommenes Zeichen für die Güte einer Theorie, wenn ihr Urheber 40 Jahre lang kein Misstrauen gegen sie bekommt. Aber ich behaupte, dass es noch keinen Philosophen gegeben hat, welcher auf die Philosophie, die seine Jugend erfand, nicht endlich mit Geringschätzung, mindestens mit Argwohn, herabgesehen hätte. Vielleicht hat er aber nicht öffentlich von dieser Umstimmung gesprochen, aus Ehrsucht oder, wie es bei den edlen Naturen wahrscheinlicher ist, aus zarter Schonung seiner Anhänger. Zunahme des Interessanten. Im Verlaufe der höheren Bildung wird dem Menschen alles interessant. Er weiß, die belehrende Seite einer Sache rasch zu finden und den Punkt anzugeben, wo eine Lücke seines Denkens mit ihr aufgefüllt oder ein Gedanke durch sie bestätigt werden kann. Dabei verschwindet immer mehr die Langeweile, dabei auch die übermäßige Erregbarkeit des Gemüts. Er geht zuletzt wie ein Naturforscher unter Pflanzen, so unter Menschen herum und nimmt sich selber als ein Phänomen wahr, welches nur seinen erkennenden Trieb stark anregt. Aberglaube im Gleichzeitigen Etwas Gleichzeitiges hängt zusammen, meint man. Ein Verwandter stirbt in der Ferne, zu gleicher Zeit träumen wir von ihm. Also, aber zahllose Verwandte sterben und wir träumen nicht von ihnen. Es ist wie bei den Schiffbrüchigen, welche Gelübde tun. Man sieht später im Tempeln die Votivtafeln derer, welche zugrunde gingen nicht. Ein Mensch stirbt, eine Eule krächtst, eine Uhr steht still, alles in einer Nachtstunde. Sollte da nicht ein Zusammenhang sein? Eine solche Vertraulichkeit mit der Natur, wie diese Ahnung sie annimmt, schmeichelt den Menschen. Diese Gattung des Aberglaubens findet sich in verfeinerter Form bei Historikern und Kulturmalern wieder, welche vor allem sinnlosen Nebeneinander, an dem doch das Leben der Einzelnen und der Völker so reich ist, eine Art Wasserscheu zu haben pflegen. Das Können nicht das Wissen durch die Wissenschaft geübt. Der Wert davon, dass man zeitweilig eine strenge Wissenschaft streng betrieben hat, beruht nicht gerade in deren Ergebnissen. Denn diese werden im Verhältnisse zum Meere des Wissenswerten ein verschwindend kleiner Tropfen sein. Aber es ergibt einen Zuwachs an Energie, an Schlussvermögen, an Zähigkeit der Ausdauer. Man hat gelernt, einen Zweck zweckmäßig zu erreichen. Insofern ist es sehr schätzbar, in Hinsicht auf alles, was man später treibt, einmal ein wissenschaftlicher Mensch gewesen zu sein. Jugendreiz der Wissenschaft Das Forschen nach Wahrheit hat jetzt noch den Reiz, dass sie sich überall stark gegen den grau und langweilig gewordenen Irrtum abhebt. Dieser Reiz verliert sich immer mehr. Jetzt zwar leben wir noch im Jugendzeitalter der Wissenschaft und pflegen der Wahrheit wie einem schönen Mädchen nachzujagen, wie aber, wenn sie eines Tages zum ältlichen, mürrisch blickenden Weibe geworden ist. Fast in allen Wissenschaften ist die Grundeinsicht entweder erst in jüngster Zeit gefunden oder wird noch gesucht. Wie anders reizt dies an, als wenn alles Wesentliche gefunden ist und nur noch eine kümmerliche Herbstnachlese dem Forscher übrig bleibt, welche Empfindung man in einigen historischen Disziplinen kennenlernen kann. Die Statue der Menschheit Der Genius der Kultur verfährt wie Cellini, als dieser den Gruß seiner Perseus- Statue machte. Die flüssige Masse drohte nicht auszureichen, aber sie sollte es. So warf er Schüsseln und Teller und was ihm sonst in die Hände kam hinein. Und ebenso wirft jener Genius Irrtümer, Laster, Hoffnungen, Wahnbilder und andere Dinge von schlechterem wie von edlerem Metalle hinein, denn die Statue der Menschheit muss herauskommen und fertig werden. Was liegt daran, dass hier und da geringerer Stoff verwendet wurde? Eine Kultur der Männer Die griechische Kultur der klassischen Zeit ist eine Kultur der Männer. Was die Frauen anlangt, so sagt Perikles in der Grabrede alles mit den Worten, sie seien am besten, wenn unter Männern so wenig als möglich von ihnen gesprochen werde. Die erotische Beziehung der Männer zu den Jünglingen war in einem unserem Verhältnis unzugänglichen Grade die notwendige, einzige Voraussetzung aller männlichen Erziehung, ungefähr wie lange Zeit alle höhere Erziehung der Frauen bei uns erst durch die Liebschaft und Ehe herbeigeführt wurde. Aller Idealismus der Kraft der griechischen Natur warf sich auf jenes Verhältnis und wahrscheinlich sind junge Leute niemals wieder so aufmerksam, so liebevoll, so durchaus in Hinsicht auf ihr bestes Virtus behandelt worden, wie im sechsten und fünften Jahrhundert, also gemäß dem schönen Spruch Hölderlins, denn liebend gibt der Sterbliche vom Besten. Je höher dieses Verhältnis genommen wurde, umso tiefer sank der Verkehr mit der Frau. Der Gesichtspunkt der Kindererzeugung und der Wolllust nichts weiter kam hier in Betracht. Es gab keinen geistigen Verkehr, nicht einmal eine eigentliche Liebschaft. Erweckt man ferner, dass sie selbst vom Wettkampfe und Schauspiele jener Art ausgeschlossen waren, so bleiben nur die religiösen Kulte als eine einzige höhere Unterhaltung der Weiber. Wenn man nun allerdings in der Tragödie Elektra und Antigone vorführte, so ertrug man dies eben in der Kunst, obschon man es im Leben nicht mochte, so wie wir jetzt alles Pathetische im Leben nicht vertragen, aber in der Kunst gerne sehen. Die Weiber hatten weiter keine Aufgabe, als schöne, machtvolle Leiber hervorzubringen, in denen der Charakter des Vaters möglichst ungebrochen weiterlebte und damit der überhandnehmenden Nervenüberreizung einer so hochentwickelten Kultur verhältnismäßig so lange jung. Denn in den griechischen Müttern kehrte immer wieder der griechische Genius zur Natur zurück. Das Vorurteil zugunsten der Größe Die Menschen überschätzen ersichtlich alles Große und Hervorstechende. Dies kommt aus der bewussten oder unbewussten Einsicht her, dass sie es sehr nützlich finden, wenn einer alle Kraft auf ein Gebiet wirft und aus sich gleichsam ein monströses Organ macht. Sicherlich ist dem Menschen selber eine gleichmäßige Ausbildung seiner Kräfte nützlicher und glückbringender. Denn jedes Talent ist ein Vampir, welche den übrigen Kräften Blut und Kraft aussaugt und eine übertriebene Produktion kann den begabtesten Menschen fast zur Tollheit bringen. Auch innerhalb der Künste erregen die extremen Naturen viel zu sehr die Aufmerksamkeit. Aber es ist auch eine viel geringere Kultur nötig, um von ihnen sich fesseln zu lassen. Die Menschen unterwerfen sich aus Gewohnheit allem, was Macht haben will. Die Tyrannen des Geistes Nur wohin der Strahl des Mythos fällt, da leuchtet das Leben der Griechen, sonst ist es düster. Nun berauben sich die griechischen Philosophen eben dieses Mythos. Ist es nicht, als ob sie aus dem Sonnenschein sich in den Schatten in die Düsterkeit setzen wollten? Aber keine Pflanze geht dem Lichter aus dem Wege. Im Grunde suchten jene Philosophen nur eine hellere Sonne, der Mythos war ihnen nicht rein, nicht leuchtend genug. Sie fanden das Licht in ihrer Erkenntnis, in dem, was jeder von ihnen seine Wahrheit nannte. Damals aber hatte die Erkenntnis noch einen größeren Glanz. Sie war noch jung und wusste noch wenig von allen Schwierigkeiten und Gefahren ihrer Pfade. Sie konnte damals noch hoffen, mit einem einzigen Sprung an den Mittelpunkt alles Seins zu kommen und von dort aus das Rätsel der Welt zu lösen. Die Philosophen hatten einen handfesten Glauben an sich und ihre Wahrheit und warfen mit ihr alle Nachbarn und Vorgänger nieder. Jeder von ihnen war ein streitbarer gewalttätiger Tyrann. Vielleicht war im Glauben an den Besitz der Wahrheit nie größer in der Welt, aber auch nie die Härte, der Übermut, das Tyrannische und Böse eines solchen Glaubens. Sie waren Tyrannen, also das, was jeder Grieche sein wollte und das, was jeder war, wenn er es sein konnte. Vielleicht macht nur Solon eine Ausnahme. In seinen Gedichten sagt er es, wie er die persönliche Tyrannis verschmäht habe. Aber er tat es aus Liebe zu seinem Werke, zu seiner Gesetzgebung. Und Gesetzgebersein ist eine sublimierte Form des Tyrannentums. Doch Parmenides gab Gesetze, wohl auch Pythagoras und Empedokles. Anaximander gründete eine Stadt. Plato war der fleischgewordene Wunsch, der höchste philosophische Gesetzgeber und Staatengründer zu werden. Er scheint schrecklich an der Nichterfüllung seines Wesens gelitten zu haben und seine Seele wurde gegen sein Ende hin voll von der schwärzesten Galle. Je mehr das griechische Philosophentum an Macht verlor, umso mehr litt es innerlich durch diese Galligkeit und Schmähsucht. Als erst die verschiedenen Sekten ihre Wahrheiten auf den Straßen verfochten, da waren die Seelen aller dieser Freier der Wahrheit durch Eifer und Geifersucht völlig verschlammt, das tyrannische Element wütete jetzt als Gift in ihrem eigenen Körper. Diese vielen kleinen Tyrannen hätten sich roh fressen mögen. Es war kein Funke mehr von Liebe und allzu wenig Freude an ihrer eigenen Erkenntnis in ihnen übrig geblieben. Überhaupt gilt der Satz, dass Tyrannen meistens ermordet werden und dass ihre Nachkommenschaft kurz lebt, auch von den Tyrannen des Geistes. Ihre Geschichte ist kurz, gewaltsam, ihre Nachwirkung bricht plötzlich ab. Fast von allen großen Hellenen kann man sagen, dass sie zu spät gekommen scheinen, so von Eschelus, von Pindar, von Demosthenes, von Tukidides. Ein Geschlecht nach ihnen und dann ist es immer völlig vorbei. Das ist das stürmische und unheimliche in der griechischen Geschichte. Jetzt zwar bewundert man das Evangelium der Schildkröte, geschichtlich Denken heißt jetzt fast so viel, als ob zu allen Zeiten nach dem Satze Geschichte gemacht worden wäre, möglichst wenig in möglichst langer Zeit. Ach, die griechische Geschichte läuft so rasch. Es ist nie wieder so verschwenderisch, so maßlos gelebt worden. Ich kann mich nicht überzeugen, dass die Geschichte der Griechen jenen natürlichen Verlauf genommen habe, der so an ihr gerühmt wird. Sie waren viel zu mannigfach begabt dazu, um in jener schrittweisen Manier allmählich zu sein, wie es die Schildkröte im Wettlauf mit Achilles ist. Und das nennt man ja natürliche Entwicklung. Bei den Griechen geht es schnell vorwärts, aber ebenso schnell abwärts. Die Bewegung der ganzen Maschine ist so gesteigert, dass ein einziger Stein in ihre Räder geworfen sie zerspringen macht. Ein solcher Stein war zum Beispiel Sokrates. In einer Nacht war die bis dahin so wunderbar regelmäßige, aber freilich allzu schleunige Entwicklung der philosophischen Wissenschaft zerstört. Es ist keine müßige Frage, ob Typus des philosophischen Menschen gefunden hätte, der uns auf immer verloren ist. Man sieht in die Zeiten vor ihm wie in eine Bildner Werkstätte solcher Typen hinein. Das sechste und fünfte Jahrhundert scheint aber doch noch mehr und Höheres zu verheißen, als es selber hervorgebracht hat. Aber es blieb bei dem Verheißen und Ankündigungen. Und doch gibt es kaum einen schwereren Verlust als den Verlust eines Typus einer neuen bis dahin unentdeckt gebliebenen höchsten Möglichkeit des philosophischen Lebens. Selbst von den älteren Typen sind die meisten schlecht überliefert. Es scheinen mir alle Philosophen von Thales bis Demokrit außerordentlich schwer erkennbar. Wem es aber gelingt, diese Gestalten nachzuschaffen, der wandelt unter Gebildeten von mächtigstem und reinstem Typus. Diese Fähigkeit ist freilich selten, sie fehlte selbst den späteren Griechen, welche sich mit der Kunde der älteren Philosophie befassten. Aristoteles zumal schien seine Augen nicht im Kopf zu haben, wenn er vor den Bezeichneten steht. Und so scheint es, als ob diese herrlichen Philosophen umsonst gelebt hätten, oder als ob sie gar nur die Streit- und redlustigen Scharen der sokratischen Schulen hätten vorbereiten sollen. Es ist hier wie gesagt eine Lücke, ein Bruch in der Entwicklung. Irgendein großes Unglück muss geschehen sein und die einzige Statue, an welcher man Sinn und Zweck jener großen bildnerischen Vorübung erkannt haben würde, zerbrach oder misslang. Was eigentlich geschehen ist, ist für immer ein Geheimnis der Werkstätte geblieben. Das, was bei den Griechen sich ereignete, dass jeder große Denker im Glauben daran, Besitzer der absoluten Wahrheit zu sein, zum Tyrannen wurde, sodass auch die Geschichte des Geistes bei den Griechen jenen gewaltsamen, übereitelten und gefährlichen Charakter bekommen hat, den ihre politische Geschichte zeigt. Diese Art von Ereignissen war damit nicht erschöpft. Es hat sich vieles gleiche bis in die neueste Zeit hineinbegeben, obwohl allmählich seltener und jetzt schwerlich mehr mit dem reinen, naiven Gewissen der griechischen Philosophen. Denn im Ganzen redet jetzt die Gegenlehre und die Skepsis zu mächtig, zu laut. Die Periode der Tyrannen des Geistes ist vorbei. In den Sphären der höheren Kultur wird es freilich immer eine Herrschaft geben müssen, aber diese Herrschaft liegt von jetzt ab in den Händen der Oligarchen des Geistes. Sie bilden trotz aller räumlichen und politischen Trennung eine zusammengehörige Gesellschaft, deren Mitglieder sich erkennen und anerkennen, was auch die öffentliche Meinung und die Urteile der auf die Masse wirkenden Tages- und Zeitschriftsteller für Schätzungen der Gunst und Abgunst in Umlauf bringen mögen. Die geistige Überlegenheit, welche früher trennte und verfeindete, pflegt jetzt zu binden. Wie könnten die Einzelnen sich selbst behaupten und auf eigener Bahn allen Strömungen entgegen durch das Leben schwimmen, wenn sie nicht ihresgleichen hier und dort unter gleichen Bedingungen leben säen und deren Hand ergriffen, im Kampfe ebenso sehr gegen den ochlokratischen Charakter des Halbgeistes und der Halbbildung, als gegen die gelegentlichen Versuche, mithilfe der Massenwirkung eine Tyrannei aufzurichten. Die Oligarchen sind einander nötig, sie haben aneinander ihre beste Freude, sie verstehen ihre Abzeichen. Aber trotzdem ist ein jeder von ihnen frei, er kämpft und siegt an seiner Stelle und geht lieber unter, als sich zu unterwerfen. Homer Die größte Tatsache in der griechischen Bildung bleibt doch die, dass Homer so frühzeitig panhellenisch wurde. Alle geistige und menschliche Freiheit, die die Griechen erreichten, geht auf diese Tatsache zurück. Aber zugleich ist es das eigentliche Verhängnis der griechischen Bildung gewesen, denn Homer verflachte, indem er zentralisierte und löste die ernstesten Instinkte der Unabhängigkeit auf. Von Zeit zu Zeit erhob sich aus dem tiefsten Grunde des Hellenischen der Widerspruch gegen Homer, aber er blieb immer siegreich. Alle großen geistigen Mächte üben neben ihrer befreienden Wirkung auch eine unterdrückende aus. Aber freilich ist es ein Unterschied, ob Homer oder die Bibel oder die Wissenschaft die Menschen tyrannisieren. Begabung In einer so hoch entwickelten Menschheit wie die jetzige ist, bekommt von Natur jeder den Zugang zu vielen Talenten mit. Jeder hat angeborenes Talent, aber nur wenigen ist der Grad von Zähigkeit, Ausdauer, Energie angeboren und anerzogen, sodass er wirklich ein Talent wird, also wird, was er ist, das heißt, es in Werken und Handlungen entladet. Der Geistreiche entweder überschätzt oder unterschätzt. Unwissenschaftliche, aber begabte Menschen schätzen jedes Anzeichen von Geist, sei es nun, dass er auf wahrer oder falscher Fährte ist. Sie wollen vor allem, dass der Mensch, der mit ihnen verkehrt, sie gut mit seinem Geiste unterhalte, sie ansporne, entflamme, zu Ernst und Scherz fortreiße und jedenfalls vor der Langeweile als kräftiges Amulett schütze. Die wissenschaftlichen Naturen wissen dagegen, dass die Begabung, allerhand Einfälle zu haben, auf das Strengste durch den Geist der Wissenschaft gezügelt werden müsse. Nicht das, was glänzt, scheint, erregt, sondern die oft unscheinbare Wahrheit ist die Frucht, welche er vom Baume der Erkenntnis zu schütteln wünscht. Er darf, wie Aristoteles, zwischen langweiligen und Geistreichen keinen Unterschied machen. Sein Dämon führt ihn durch die Wüste ebenso wie durch die tropische Vegetation, damit er überall nur an dem wirklichen, haltbaren, echten seine Freude habe. Daraus ergibt sich, bei unbedeutenden Gelehrten, eine Missachtung und Verdächtigung des Geistreichen überhaupt, und wiederum haben geistreiche Leute häufig eine Abneigung gegen die Wissenschaft, wie zum Beispiel fast alle Künstler. Die Vernunft in der Schule Die Schule hat keine wichtigere Aufgabe als strenges Denken, vorsichtiges Urteilen, konsequentes Schließen zu lernen. Deshalb hat sie von allen Dingen abzusehen, die nicht für diese Operationen tauglich sind, zum Beispiel von der Religion. Sie kann ja darauf rechnen, dass menschliche Unklarheit, Gewöhnung und Bedürfnis später doch wieder den Bogen des allzu straffen Denkens abspannen. Aber solange ihr Einfluss reicht, soll sie das erzwingen, was das Wesentliche und Auszeichnende am Menschen ist, Vernunft und Wissenschaft des Menschen allerhöchste Kraft, wie wenigstens Goethe urteilt. Der große Naturforscher von Bär findet die Überlegenheit aller Europäer im Vergleich zu Asiaten der eingeschulten Fähigkeit, dass sie Gründe für das, was sie glauben, angeben können, wozu diese aber völlig unfähig sind. Europa ist in die Schule des konsequenten und kritischen Denkens gegangen. Asien weiß immer noch nicht, zwischen Wahrheit und Dichtung zu unterscheiden und ist sich nicht bewusst, ob seine Überzeugungen aus eigener Beobachtung und regelrechtem Denken oder aus Fantasien stammen. Die Vernunft in der Schule hat Europa zu Europa gemacht. Im Mittelalter war es auf dem Wege, wieder zu einem Stück und Anhängsel Asiens zu werden, also den wissenschaftlichen Sinn, welchen es den Griechen verdankte, einzubüßen. Unterschätzte Wirkung des gymnasialen Unterrichts. Man sucht den Wert des Gymnasiums selten in den Dingen, welche wirklich dort gelernt und von ihm unverlierbar heimgebracht werden, sondern in denen, welche man lehrt, welche der Schüler sich aber nur mit Widerwillen aneignet, um sie so schnell er darf, von sich abzuschütteln. Das Lesen der Klassiker, das gibt jeder Gebildete zu, ist so, wie es überall getrieben wird, eine monströse Prozedur. Vor jungen Menschen, welche in keiner Beziehung dazu reif sind, von Lehrern, welche durch jedes Wort, oft durch ihr Erscheinen, schon einen Mehltau über einen guten Autor legen. Aber darin liegt der Wert, der gewöhnlich verkannt wird, dass diese Lehrer die abstrakte Sprache der höheren Kultur reden, schwerfällig und schwer zu verstehen, wie sie ist, aber eine hohe Gymnastik des Kopfes. Dass Begriffe, Kunstausdrücke, Methoden, Anspielungen in ihrer Sprache fortwährend vorkommen, welche die jungen Leute im Gespräch ihrer Angehörigen und auf der Gasse fast nie hören. Wenn die Schüler nur hören, so wird der Intellekt zu einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise unwillkürlich präformiert. Es ist nicht möglich, aus dieser Zucht völlig unberührt von der Abstraktion als reines Naturkind herauszukommen. Viele Sprachen lernen Viele Sprachen lernen füllt das Gedächtnis mit Worten statt mit Tatsachen und Gedanken, während dies ein Behältnis ist, welches bei jedem Menschen nur eine bestimmte begrenzte Masse von Inhalt aufnehmen kann. So dann schadet das Lernen vieler Sprachen, insofern es den Glauben, Fertigkeiten zu haben, erweckt und tatsächlich auch ein gewisses verführerisches Ansehen im Verkehr verleiht. Es schadet so dann auch indirekt dadurch, dass es dem Erwerben gründlicher Kenntnisse und der Absicht auf redliche Weise die Achtung der Menschen zu verdienen entgegenwirkt. Endlich ist es die Axt, welche dem feineren Sprachgefühl innerhalb der Muttersprache an die Wurzel gelegt wird. Dies wird dadurch unheilbar beschädigt und zugrunde gerichtet. Die beiden Völker, welche die größten Stilisten erzeugten, Griechen und Franzosen, lernten keine fremden Sprachen. Weil aber der Verkehr der Menschen immer kosmopolitischer werden muss und zum Beispiel ein rechter Kaufmann in London jetzt schon sich in acht Sprachen schriftlich und mündlich verständlich zu machen hat, so ist freilich, dass viele Sprachen lernen ein notwendiges Übel, welches aber zuletzt zum Äußersten kommend die Menschheit zwingen wird, ein Heilmittel zu finden. Und in irgendeiner fernen Zukunft wird es eine neue Sprache zuerst als Handelssprache denn als Sprache des geistigen Verkehrs überhaupt für alle geben. So gewiss als es irgendeinmal Luftschifffahrt gibt. Wozu hätte auch die Sprachwissenschaft ein Jahrhundert lang die Gesetze der Sprache studiert und das notwendige, wertvolle, gelungene an jeder einzelnen Sprache abgeschätzt. Zur Kriegsgeschichte des Individuums. Wir finden in ein einzelnes Menschenleben, welches durch mehrere Kulturen geht, den Kampf zusammengedrängt, welcher sich sonst zwischen zwei Generationen, zwischen Vater und Sohn abspielt. Die Nähe der Verwandtschaft verschärft diesen Kampf, weil jede Partei schonungslos, das ihr so gut bekannte Innere der anderen Partei mit hineinzieht. Und so wird dieser Kampf im einzelnen Individuum am erbittertsten sein. Hier schreit jede neue Phase über die frühere mit grausamer Ungerechtigkeit und Verkennung von deren Mitteln und Zielen hinweg. Um eine Viertelstunde früher. Man findet gelegentlich einen, der mit seinen Ansichten über seine Zeit steht, aber doch nur um so viel, dass er die vulgär Ansichten des nächsten Jahrzehnts vorweg nimmt. Er hat die öffentliche Meinung eher, als sie öffentlich ist, das heißt, er ist eine Ansicht, die es verdient, trivial zu werden, eine Viertelstunde eher in die Arme gefallen als andere. Sein Ruhm pflegt aber viel lauter zu sein, als der Ruhm der wirklich Großen und Überlegenen. Die Kunst zu lesen Jede starke Richtung ist einseitig. Sie nähert sich der Richtung der geraden Linie und ist wie diese ausschließend. Das heißt, sie berührt nicht viele andere Richtungen, wie dies schwache Parteien und Naturen in ihrem wellenhaften Hin- und Hergehen tun. So muss man also auch den Philologen nachsehen, dass sie einseitig sind. Herstellung und Reinhaltung der Texte nebst der Erklärung derselben in einer Zukunft jahrhundertelang fortgetrieben, hat endlich jetzt die richtigen Methoden finden lassen. Das ganze Mittelalter war tief unfähig zu einer streng philologischen Erklärung, das heißt zum einfachen Verstehen Wollen dessen, was der Autor sagt. Es war etwas, diese Methoden zu finden, man unterschätze es nicht. Alle Wissenschaft hat dadurch erst Kontinuität und Stetigkeit gewonnen, dass die Kunst des richtigen Lesens, das heißt die Philologie, auf ihrer Höhe kam. Die Kunst zu schließen Der größte Fortschritt, den die Menschen gemacht haben, liegt darin, dass sie richtig schließen lernen. Das ist gar nicht so etwas Natürliches, wie Schopenhauer annimmt, wenn er sagt, zu schließen sind alle zu Urteilen weniger fähig, sondern ist spät erlernt und jetzt noch nicht zur Herrschaft gelangt. Das falsche Schließen ist in älteren Zeiten die Regel und die Mythologien aller Völker, ihre Magie und ihr Aberglaube, ihr religiöser Kultus, ihr Recht, sind die unerschöpflichen Beweisfundstätten für für diesen Satz. Jahresringe der individuellen Kultur Die Stärke und Schwäche der geistigen Produktivität hängt lange nicht so an der angeerbten Begabung als an dem mitgegebenen Maße von Spannkraft. Die meisten jungen Gebildeten von 30 Jahren gehen um diese Frühsonnenwende ihres Lebens zurück und sind für neue geistige Wendungen von da an unlustig. Deshalb ist dann gleich wieder zum Heile einer fort und fort wachsenden Kultur eine neue Generation nötig, die es nun aber ebenfalls nicht weit bringt. Denn um die Kultur des Vaters nachzuholen, muss der Sohn die angeerbte Energie, welche der Vater auf jener Lebensstufe, als er den Sohn zeugte, selber besaß, fast aufbrauchen. Mit dem kleinen Überschuss kommt er weiter, denn weil hier der Weg zum und schneller vorwärts. Der Sohn verbraucht, um dasselbe zu lernen, was der Vater wusste, nicht ganz so viel Kraft. Sehr spannkräftige Männer wie zum Beispiel Goethe durchmessen so viel, als kaum vier Generationen hintereinander vermögen. Deshalb kommen sie aber zu schnell voraus, sodass die anderen Menschen sie erst in dem nächsten Jahrhundert einholen, vielleicht nicht einmal völlig, weil durch die häufigen Unterbrechungen die Geschlossenheit geschwächt worden ist. Die gewöhnlichsten Phasen der geistigen Kultur, welche im Verlauf der Geschichte errungen ist, holen die Menschen immer schneller nach. Sie beginnen gegenwärtig in die Kultur als religiös bewegte Kinder einzutreten und bringen es vielleicht im zehnten Lebensjahre zur höchsten Lebhaftigkeit dieser Empfindung, gehen dann in abgeschwächteren Formen Pantheismus über, während sie sich der Wissenschaft nähern. Kommen über Gott, Unsterblichkeit und dergleichen ganz hinaus, aber verfallen den Zaubern einer metaphysischen Philosophie. Auch diese wird ihnen endlich unglaubwürdig. Die Kunst scheint dagegen immer mehr zu gewähren, sodass eine Zeit lang die Metaphysik kaum noch in eine Umwandlung zur Kunst oder als künstlerisch verklärende Stimmung übrig bleibt und fortlebt. Aber der wissenschaftliche Sinn wird immer gebieterischer und führt den Mann hin zur Naturwissenschaft und Historie und namentlich zu den strengsten Methoden des Erkennens, während der Kunst eine immer mildere und anspruchslosere Bedeutung Bedeutung zufällt. Dies alles pflegt sich jetzt innerhalb der ersten 30 Jahre eines Mannes zu ereignen. Es ist die Rekapitulation eines Pensums, an welchem die Menschheit vielleicht 30.000 Jahre sich abgearbeitet hat. Zurückgegangen, nicht zurückgeblieben. Wer gegenwärtig seine Entwicklung noch aus religiösen Empfindungen heraus anhebt und vielleicht längere Zeit nachher in Metaphysik und Kunst weiterlebt, der hat sich allerdings ein gutes Stück zurückgegeben und beginnt sein Wettrennen mit anderen modernen Menschen unter ungünstigen Voraussetzungen. Er verliert scheinbar Raum und Zeit. Aber dadurch, dass er sich in jenen Bereichen aufhielt, wo Glut und Energie entfesselt werden und fortwährend Macht als vulkanischer Strom aus unversiegter Quelle strömt, kommt er dann, sobald er sich nur zur rechten Zeit von jenen Gebieten getrennt hat, umso schneller vorwärts. Sein Fuß ist beflügelt, seine Brust hat ruhiger, länger, ausdauernder Atmen gelernt. Er hat sich nur zurückgezogen, um zu seinem Sprunge genügenden Raum zu haben. So kann selbst etwas fürchterliches, drohendes in diesem Rückgange liegen. Ein Ausschnitt unseres Selbst als künstlerisches Objekt. Es ist ein Zeichen überlegener Kultur, gewisse Phasen der Entwicklung, welche die geringeren Menschen fast gedankenlos durchleben und von der Tafel ihrer Seele dann wegwischen, mit Bewusstsein festzuhalten und ein getreues Bild davon zu entwerfen. Denn dies ist die höhere Gattung der Malerkunst, welche nur wenige verstehen. Dazu wird es nötig, jene Phasen künstlich zu isolieren. Die historischen Studien bilden die Befähigung zu diesem Malertum aus, denn sie fordern uns fortwährend auf, bei Anlass eines Stückes Geschichte, eines Volkes oder Menschenlebens, uns einen ganz bestimmten Horizont von Gedanken, eine bestimmte Stärke von Empfindungen, das Vorwalten dieser, das Zurücktreten jene vorzustellen. Darin, dass man solche Gedanken und Gefühlssysteme aus gegebenen Anlässen schnell rekonstruieren kann, wie den Eindruck eines Tempels aus einigen zufällig stehen gebliebenen Säulen und Mauerresten, besteht der historische Sinn. Das nächste Ergebnis desselben ist, dass wir unseren Mitmenschen als ganz bestimmte solche Systeme und Vertreter verschiedener Kulturen verstehen, das heißt als notwendig, aber als veränderlich. Und wiederum, dass wir in unserer eigenen Entwicklung Stücke heraustrennen und selbstständig hinstellen können. Zyniker und Epikurea Der Zyniker erkennt den Zusammenhang zwischen den vermehrten und stärkeren Schmerzen des höher kultivierten Menschen und der Fülle von Bedürfnissen. Begreift also, dass die Menge von Meinungen über das Schöne, Schickliche, Geziemende, Erfreunde, ebenso sehr reiche Genuss, aber auch Unlustquellen entspringen lassen musste. Gemäß dieser Einsicht bildet er sich zurück, indem er viele dieser Meinungen aufgibt und sich gewissen Anforderungen der Kultur entzieht. Damit gewinnt er ein Gefühl der Freiheit und der Kräftigung und allmählich, wenn die Gewohnheit in ihm seine Lebensweise erträglich macht, hat er in der Tat seltenere und schwächere Unlustempfindungen als die kultivierten Menschen und nähert sich dem Haustier an. Überdies empfindet er alles im Reiz des Kontrastes und schimpfen kann er ebenfalls nach Herzenslust, sodass er dadurch wieder hoch über die Empfindungswelt des Tieres hinauskommt. Der Epikurea hat denselben Gesichtspunkt wie der Zyniker. Zwischen ihm und jenem ist gewöhnlich nur ein Unterschied des Temperamentes. Sodann benutzt der Epikurea seine höhere Kultur, um sich von den herrschenden Meinungen unabhängig zu machen. Er erhebt sich über dieselben, während der Zyniker nur in der Negation bleibt. Er wandelt gleichsam in windstillen, wohlgeschützten, halbdunklen Gängen, während über ihm, im Winde, die Wipfel der Bäume brausen und ihm verraten, wie heftig bewegt da draußen die Welt ist. Der Zyniker dagegen geht gleichsam nackt draußen im Windeswehen umher und härtet sich bis zur Gefühllosigkeit ab. Mikrokosmos und Makrokosmos der Kultur besten Entdeckungen über die Kultur macht der Mensch in sich selbst, wenn er darin zwei heterogene Mächte walten findet. Gesetzt, es lebe einer ebenso sehr in der Liebe zur bildenden Kunst oder zur Musik, als er vom Geiste der Wissenschaft fortgerissen wird, und er sehe es als unmöglich an diesen Widerspruch durch Vernichtung der einen und volle Entfesselung der anderen Macht aufzuheben. So bleibt es ihm nur übrig, dass jene beiden Mächte, wenn auch an verschiedenen Enden desselben in ihm wohnen können, während zwischen ihnen versöhnende Mittelmächte mit überwiegender Kraft, um nötigenfalls den auszubrechenden Streit zu schlichten, ihre Herberge haben. Ein solches Gebäude der Kultur im einzelnen Individuum wird aber die größte Ähnlichkeit mit dem Kulturbau in ganzen Zeitperioden haben und eine fortgesetzte analogische Belehrung über denselben abgeben. Denn überall, wo sich die große Architektur der Kultur entfaltet, war ihre Aufgabe, die einander widerstrebenden Mächte zur Eintracht, vermöge eine übermächtigen Ansammlung der weniger unverträglichen übrigen Mächte zu zwingen, ohne sie deshalb zu unterdrücken und in Fesseln zu schlagen. Glück und Kultur Der Anblick der Umgebungen unserer Kindheit erschüttert uns. Das Gartenhaus, die Kirche mit den Gräbern, der Teich und der Wald, dies sehen wir immer als Leidende wieder. Mitleid mit uns selbst ergreift uns, denn was haben wir seitdem alles durchgelitten? Und hier steht jegliches noch so still, so ewig da, und wir sind so anders, so bewegt. Selbst etliche Menschen finden wir wieder, an welchen die Zeit nicht mehr ihren Zahn gewetzt hat, als an einem Eichenbaume. Bauern, Fischer, Waldbewohner, sie sind dieselben. Erschütterung, Selbstmitleid im Angesicht der niederen Kultur ist das Zeichen der höheren Kultur, woraus sich ergibt, dass durch diese das Glück jedenfalls nicht gemäht worden ist. Wer eben Glück und Behagen vom Leben ernten will, der mag nur immer der höheren Kultur aus dem Wege gehen. Gleichnis vom Tanze Jetzt ist es als das entscheidende Zeichen großer Kultur zu betrachten, wenn jemand jene Kraft und Biegsamkeit besitzt, um ebenso rein und streng im Erkennen zu sein, als in anderen Momenten auch befähigt, der Poesie, Religion und Metaphysik gleichsam hundert Schritt vorzugeben und ihre Gewalt und Schönheit nach zu empfinden. Eine solche Stellung zwischen zwei so verschiedenen Ansprüchen ist sehr schwierig, denn die Wissenschaft drängt zur absoluten Herrschaft ihrer Methode und wird diesen Drängen nicht nachgegeben, so entsteht die andere Gefahr eines schwächlichen Auf- und Niederschwankens zwischen verschiedenen Antrieben. Indessen, um wenigstens mit einem Gleichnis einen Blick auf die Lösung dieser Schwierigkeit zu eröffnen, möge man sich doch daran erinnern, dass der Tanz nicht dasselbe wie ein mattes Hin- und Her-Taumeln zwischen verschiedenen Antrieben ist. Die höhere Kultur wird einem kühnen Tanze ähnlich sehen, weshalb wie gesagt viel Kraft und Geschmeidigkeit Not 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 tut. Von der Erleichterung des Lebens Ein Hauptmittel, um sich das Leben zu erleichtern, ist das Idealisieren aller Vorgänge desselben. Man soll sich aber aus der Malerei recht deutlich machen, was Idealisieren heißt. Der Maler verlangt, dass der Zuschauer nicht zu genau, zu scharf zusehe, er zwingt ihn in eine gewisse Ferne zurück, damit er von dort aus betrachte. Er ist genötigt, eine ganz bestimmte Entfernung des Betrachters vom Bilde voraus zu setzen. Ja, er muss sogar ein ebenso bestimmtes Maß von Schärfe des Auges bei seinem Betrachter annehmen. In solchen Dingen darf er durchaus nicht schwanken. Jeder also, der sein Leben idealisieren will, muss es nicht zu genau sehen wollen und seinen Blick immer in eine gewisse Entfernung zurückbannen. Dieses Kunststück verstand zum Beispiel Goethe. Erschwerung als Erleichterung und umgekehrt. Vieles, was auf gewissen Stufen des Menschen Erschwerung des Lebens ist, dient einer höheren Stufe als Erleichterung, weil solche Menschen stärkere Erschwerungen des Lebens kennengelernt haben. Ebenso kommt das Umgekehrte vor. So hat zum Beispiel die Religion ein doppeltes Gesicht, je nachdem ein Mensch zu ihr hinaufblickt, um von ihr sich seine Last und Not abnehmen zu lassen oder auf sie herab sieht, wie auf die Fessel, welche ihm angelegt ist, damit er nicht zu hoch in die Lüfte steige. Die höhere Kultur wird notwendig missverstanden. Wer sein Instrument nur mit zwei Seiten bespannt hat, wie die Gelehrten, welche außerdem Wissenstriebe nur noch einen anerzogenen Religiösen haben, der versteht solche Menschen nicht, welche auf mehr Seiten spielen können. Es liegt im Wesen der höheren, vielseitigeren Kultur, dass sie von der niederen immer falsch gedeutet wird. Wie dies geschieht, wenn die Kunst als eine verkappte Form des Religiösen gilt. Ja, Leute, die nur religiös sind, verstehen selbst die Wissenschaft als Suchen des religiösen Gefühls, so wie Taubstumme nicht wissen, was Musik ist, wenn nicht sichtbare Bewegung. Klagelied Es sind vielleicht die Vorzüge unserer Zeiten, welche ein Zurücktreten und eine gelegentliche Unterschätzung der Vita Contemplativa mit sich bringen. Aber eingestehen muss man es sich, dass unsere Zeit arm ist an großen Moralisten, dass Pascal, Epictet, Seneca, Plutarch wenig noch gelesen werden, dass Arbeit und Fleiß, sonst im Gefolge der großen Göttin Gesundheit, mitunter wie eine Krankheit zu wüten scheinen. Weil Zeit zum Denken und Ruhe im Denken fehlt, so erwägt man abweisende Ansichten nicht mehr. Man begnügt sich, sie zu hassen. Bei der ungeheuren Beschleunigung des Lebens wird Geist und Auge an ein Halb- oder Falsches Sehen und Urteilen gewöhnt und jedermann gleich den Reisenden, welche Land und Volk von der Eisenbahn aus kennenlernen. Selbstständige und vorsichtige Haltung der Erkenntnis schätzt man beinahe als eine Art Verrücktheit ab. Der Freigeist ist in Verruf gebracht, namentlich durch Gelehrte, welche in seiner Kunst die Dinge zu betrachten, ihre Gründlichkeit und ihren Ameisenfleiß vermissen und ihn gern in einen einzelnen Winkel der Wissenschaft bannen möchten. Während er die ganz andere und höhere Aufgabe hat, von einem einsam gelegenen Standorte aus, den ganzen Heerbann der wissenschaftlichen und gelehrten Menschen zu befehligen und ihnen die Wege und Ziele der Kultur zu zeigen. Eine solche Klage wie die eben abgesungene wird wahrscheinlich ihre Zeit haben und von selber einmal bei einer gewaltigen Rückkehr des Genius der Meditation verstummen. Hauptmangel des tätigen Menschen Den Tätigen fehlt gewöhnlich die höhere Tätigkeit. Ich meine die individuelle. Sie sind als Beamte, Kaufleute, Gelehrte, das heißt als Gattungswesen tätig, aber nicht als ganz bestimmte einzelne und einzige Menschen. In dieser Hinsicht sind sie faul. Es ist das Unglück der Tätigen, dass ihre Tätigkeit fast immer wenig unvernünftig ist. Man darf zum Beispiel bei dem Geld sammelnden Bankier nach dem Zweck seiner rastlosen Tätigkeit nicht fragen. Sie ist unvernünftig. Die Tätigen rollen wie der Stein rollt gemäß der Dummheit der Mechanik. Alle Menschen zerfallen wie zu allen Zeiten so auch jetzt noch in Sklaven und Freie. Denn wer von seinem Tage nicht zwei Drittel für sich hat, ist Staatsmann, Kaufmann, Beamter, Gelehrter. Zugunsten der Müßigen Zum Zeichen dafür, dass die Schätzung des beschaulichen Lebens abgenommen hat, wetteifern die Gelehrten jetzt mit den tätigen Menschen in einer Art von hastigem Genusse, sodass sie also diese Art zu genießen höher zu schätzen scheinen als Die Gelehrten schämen sich des Ozeum Es ist aber ein Edel Ding um Muße und Müßigen Wenn Müßigang wirklich der Anfang aller Laste ist, so befindet er sich also wenigstens in der nächsten Nähe aller Tugenden Der müßige Mensch ist immer noch ein besserer Mensch als der Tätige Ihr meint doch nicht, dass ich mit Muße und Müßigen auf euch ziele, ihr Faultiere Die moderne Unruhe Nach dem Westen zu wird die moderne Bewegtheit immer größer, sodass den Amerikanern die Bewohner Europas insgesamt sich als ruheliebende und genießende Wesen darstellen, während diese doch selbst wie Bienen und Wespen durcheinander fliegen. Diese Bewegtheit wird so groß, dass die höhere Kultur ihrer Früchte nicht mehr zeitigen kann. Es ist, als ob die Jahreszeiten zu rasch aufeinander folgten. Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Elemente im großen Maße zu verstärken. Doch hat schon jeder Einzelne, welcher in Herz und Kopf ruhig und stetig ist, das Recht zu glauben, dass er nicht nur ein gutes Temperament, sondern eine allgemein nützliche Tugend besitze und durch die Bewahrung dieser Tugend sogar eine höhere Aufgabe erfülle. Inwiefern der Tätige faul ist? Ich glaube, dass jeder über jedes Ding, über welches Meinungen möglich sind, eine eigene Meinung haben muss, weil er selber ein eigenes, nur einmaliges Ding ist, das zu allen anderen Dingen eine neue, nie dagewesene Stellung einnimmt. Aber die Faulheit, welche im Grunde der Seele des Tätigen liegt, verhindert den Menschen, das Wasser aus seinem eigenen Brunnen zu schöpfen. Mit der Freiheit der Meinungen steht es wie mit der Gesundheit. Beide sind individuell, von beiden kann kein allgemeingültiger Begriff aufgestellt werden. Das, was das eine Individuum zu seiner Gesundheit nötig hat, ist für ein anderes schon Grund zur Erkrankung und manche Mittel und Wege zur Freiheit des Geistes dürfen höher entwickelten Naturen als Wege und Mittel zur Unfreiheit gelten. Sensor Vite Der Wechsel von Liebe und Hass bezeichnet für eine lange Zeit den inneren Zustand eines Menschen, welcher frei in seinem Urteil über das Leben werden will. Er vergisst nicht und trägt den Dingen alles nach, Gutes und Böses. Zuletzt, wenn die ganze Tafel seiner Seele mit Erfahrungen vollgeschrieben ist, wird er das Dasein nicht verachten und hassen, aber es auch nicht lieben, sondern über ihm liegen, bald mit dem Auge der Freude, bald mit dem der Trauer und wie die Natur bald sommerlich, bald herbstlich gesinnt sein. Nebenerfolg Wer ernstlich frei werden will, wird dabei ohne allen Zwang die Neigung zu Fehlern und Lastern nicht verlieren. Auch Ärger und Verdruss werden ihm immer seltener anfallen. Sein Wille nämlich will nichts angelegentlicher als Erkennen und das Mittel dazu, das heißt, den andauernden Zustand, in dem er am tüchtigsten zum Erkennen ist. Wert der Krankheit Der Mensch, der krank zu Bette liegt, kommt mitunter dahinter, dass er für gewöhnlich an seinem Amte, Geschäfte oder an seiner Gesellschaft krank ist und durch sie jene Besonnenheit über sich verloren hat. Er gewinnt diese Weisheit aus der Muße, zu welcher ihn seine Krankheit zwingt. Empfindung auf dem Lande Wenn man nicht feste, ruhige Linien am Horizonte seines Lebens hat, Gebirgs- und Waldlinien gleichsam, so wird der innerste Wille des Menschen selber unruhig, zerstreut und begehrlich wie das Wesen des Städters. Er hat kein Glück und gibt kein Glück. Vorsicht der freien Geister Freigesinnte der Erkenntnis allein lebenden Menschen werden ihr äußerliches Lebensziel ihre endgültige Stellung zur Gesellschaft und Staat bald erreicht finden und zum Beispiel mit einem kleinen Amte oder einem Vermögen das gerade zum Leben ausreicht gern sich zufrieden geben. Denn sie werden sich einrichten so zu leben dass eine große Verwandlung der äußeren Güter ja in Umsturz der politischen Ordnungen ihr Leben nicht mit umwirft auf alle diese Dinge verwenden sie so wenig wie möglich an Energie damit sie mit der ganzen angesammelten Kraft und gleichsam mit einem langen Atem Aber von Zeit muss ihm ein Sonnentag der Freiheit kommen sonst wird er das Leben nicht aushalten Es ist wahrscheinlich dass selbst seine Liebe zu den Menschen vorsichtig und etwas kurzatmig sein wird Denn er will sich nur soweit es zum Zweck der Erkenntnis nötig ist mit der Welt der Neigungen und der Blindheit einlassen Er muss darauf vertrauen dass der Genius der Gerechtigkeit etwas für seinen Jünger und Schützling sagen wird wenn anschuldigende Stimmen ihn Arm an Liebe nennen sollten Es gibt in seiner Lebens und Denkweise einen verfeinerten Heroismus welcher es verschmäht sich der großen Massenverehrung wie sein gröberer Bruder es tut anzubieten und still durch die Welt und aus der Welt zu gehen pflegt was für Labyrinthe er auch durchwandert unter welchen Felsen sich auch sein Strom zeitweilig durchgequält hat kommt er ans Licht so geht er hell leicht und fast geräuschlos seinen Gang und lässt den Sonnenschein bis in seinen Grund hinab spielen Vorwärts und damit vorwärts auf der Bahn der Weisheit guten Schrittes guten Vertrauens Wie Wie du du auch bist so diene dir selber als Quell der Erfahrung Wirf das Missvergnügen über dein Wesen ab verzeih dir dein eigenes Ich denn in jedem Falle hast du an dir eine Leiter mit hundert Sprossen auf welchen du zur Erkenntnis steigen kannst Das Zeitalter in welches du dich mit Leidwesen geworfen fühlst preist dich selig dieses Glückes wegen Es ruft dir zu dass dir jetzt noch an Erfahrungen zuteil werde was Menschen späterer Zeit vielleicht entbehren müssen Missachte es nicht noch religiös gewesen zu sein Ergründe es völlig wie du noch einen echten Zugang zur Kunst gehabt hast Kannst du nicht gerade mithilfe dieser Erfahrungen ungeheurer Wegstrecken der früheren Menschheit verständnisvoller nachgehen Sind nicht gerade auf dem Boden welche dir mitunter so missfällt auf dem Boden des unreinen Denkens viele der herrlichsten Früchte älterer Kultur aufgewachsen Man muss Religion und Kunst wie Mutter und Amme geliebt haben Sonst kann man nicht weise werden Aber man muss über sie hinaus sehen ihnen entwachsen können Bleibt man in ihrem Banne so versteht man sie nicht Ebenso sehr muss dir die Historie vertraut sein und das vorsichtige Spiel mit den Waagschalen einerseits und mittels zur Erkenntnis. Du hast es in der Hand zu erreichen, dass all deine Erlebtes, die Versuche, Irrwege, Fehler, Täuschungen, Leidenschaften, deine Liebe und deine Hoffnung in deinem Ziele ohne Rest aufgehen. Dieses Ziel ist, selber eine notwendige Kette von Kulturringen zu werden und von dieser Notwendigkeit aus auf die Notwendigkeit im Gange der allgemeinen Kultur zu schließen. Wenn dein Blick stark genug geworden ist, den Grund in dem dunklen Brunnen deines Wassers und deine Erkenntnisse zu sehen, so werden dir vielleicht auch in seinem Spiegel die fernen Sternbilder zukünftiger Kulturen sichtbar werden. Glaubst du, ein solches Leben mit einem solchen Ziele sei zu mühevoll, zu erledig alle Annehmlichkeiten? So hast du noch nicht gelernt, dass kein Honig süßer als der der Erkenntnis ist, und dass die hängenden Wolken der Trübsal dir noch zum Euter dienen müssen, aus dem du die Milch zu deiner Labung melken wirst. Kommt das Alter, so merkst du erst recht, wie du der Stimme der Natur Gehör gegeben, jener Natur, welche die ganze Welt durch Lust beherrscht. Dasselbe Leben, welches seine Spitze im Alter hat, hat auch seine Spitze in der Weisheit, in jenem milden Sonnenglanz einer beständigen geistigen Freudigkeit. Beiden, dem Alter und der Weisheit, begegnest du auf einem Bergrücken des Lebens. So wollte es die Natur. Dann ist es Zeit und kein Anlass zum Zürnen, dass der Nebel des Todes naht. Dem Licht dazu, deine letzte Bewegung, ein Jauchzen der Erkenntnis, dein letzter Laut. Die Dieu-Geräusche ist ein Objekt. Der Nebel des Todes ein Jauchzen der Erkenntnis, ein Jauchzen der Erkenntnis, Untertitelung des ZDF, 2020